Ja, Horst Schlemmer, ich mache Führerverein, Theorie erst. Und hier ist ein Restaurant, man schnell im Weg, wo ich dann vorfahren werde. Du bist der? Sascha, hör mal, ich bin gerade am Theorie machen. Hallo, ich hätte gerne einen Rinderburger. Was würden Sie? Wollen Sie auch mit Rind? Mit Hühnchen. Ja, Sascha nimmt mit Käse. Weißt du, ich komme jetzt. Nein, nicht Gas geben, bist du befeuert. Fahr ran, am Zeitraum. Käse und Fleisch haben wir bestellt. Und eine Cola. Ja. Nee, ein Getränk hätte ich gerne. Mach mir mal so ein Getränk. Ach, weißt du, ihr habt doch alle einen am Dampfen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Sie wollen jetzt nicht. Ich komme rein. Mach dich nicht verrückt. Sascha, Käsebeuer ist gestrichen. Im Moment sind alle Leitungen belegt. Es dauert einen kleinen Moment. Was? Hallo. Die Kiste knattert aber auch, dass einem die Ohren wegfliegen. Bist du mit dem Motorbootier? Mein lieber Schuss. Der war ähnlich. Was möchtest du haben? Russische Pommes. Russische Pommes? Hallo. Oh. So ein wilder Hase. Wie so eine Weichei-Garre. Wie kann denn das sein, Fettele? Ich weiß nicht. Fahr vorsichtig. Ganz vorsichtig mit der Garre. Wo willst du denn noch hin? Ich würde mal so sagen. Toi, toi, toi. Guten Tag, herzlich willkommen beim Schnell-MWs. Wir machen eine statistische Umfrage. Darf ich dir etwas fragen? Ja. Was fahren Sie für ein Auto? Fiat. Ein Fiat? Ja. Fiat? Nein, ein Tia mit Kaufmann. Fiat? Ein Tia. Sag mal, die Weiber, fahren die auf den Waren ab, den du fährst? Nein. So, dann fahr mal weiter. Was, wo wollten Sie denn hin? Sie haben keine Bestellung aufgegeben, damit geht's schon mal los. Sie haben jeden Fehler gemacht. Hören Sie zu, wenn ich mit Ihnen rede. Sie haben alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ich weiß nicht, woher Sie kommen. Gar nichts. Sie haben sich vorne nicht vorgestellt. Das ist eine Unhöflichkeit. Ich krieg so einen Hals. Auch wenn das schnell im Wisch ist. Bisschen Zeit kann man sich ruhig nehmen. Hör auf zu lachen. Es reicht mir jetzt. Ja, was wollt ihr denn jetzt hier? Zwei Leute macht die Autos. So hübsche Mädchen. Ich komm nicht weiter vor. Ich habe Rücken, Schätzlein. So nah und so unerreichbar. Ich verstehe Sie nicht. Was haben Sie denn... Das ist ein Motor. Was ist denn das für ein Auto? Hör mal. Das ist ein Manta. Ich verstehe sein eigenes Wort nicht. Was ist das denn für eine alte Kiste? Mach mal den Motor aus. Ich verstehe gar nicht. Das ist schwierig. Ich kriege den Gestank bis hier. Cola, Fischburger, Cheeseburger bitte. Ich hoffe, du hast kein Übelgewicht. Das ist eine ganze Menge. Ich verstehe Sie nicht. Weil Sie Musik haben, was ist das Flippers? Lass mal, mach mal lauter. Lass mich mal hören. Was ist das denn für eine Scheiße? Mach mal durch, ne? Bis zum zweiten Stand? Wohin du willst. Oder sagen wir mal besser, solange der Wagen noch fährt. Hallo, herzlich willkommen beim Schnellenwiss. Schätzlein, was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne einen Cheeseburger bitte. Einen Cheeseburger? Ja, was noch? Möchtest du scharfe Soße? Ähm... Du weißt, was ich meine? Wärst du vor, mein Hase? Ja. Dann komm. Komm. Na? Hallo. Hallo, Schätzlein. Du bist ja noch wilder als in meiner Fantasie. Warte, Sekunde. Schätzlein, ich weiß, du wunderst dich. Aber ich bin heute auch zu mitten. Ich bin weg. Du bist die Chance meines Lebens. Muss man sich bei dir anschnallen? Ha-ha-ha-ha-ha-ha!